Es geht um ein Mädchen, ihr passiert etwas, sie verliert sich selbst und sie träumt sich weg, fallen, kämpfen, sich allein fühlen. Ich fall durch die Welt, ich strauche raus aus dem Staub, ich taumel aus meiner Haut, unglaublicher Traum, innen und außen vertauscht, ich falle und pralle nicht auf. Erwachsen werden sich selber finden, irgendwo ankommen. Und dann lass mal gucken, wie die Wirklichkeit wirklich aussieht. Alles ist möglich. Alles, was wir können, ist alles. Alles, was wir können, ist alles. Alles, was wir können, ist alles. Alles, was wir können, ist alles.